Der Gesundheitsschutz hat aktuell Priorität vor dem Schutz der Wirtschaft. Das sagen jetzt alle. Aber wann ist eine Grenze erreicht? Na, der Gesundheitsschutz hat einfach seine eigenen Abläufe und es ist aus gesundheitlicher Sicht sinnvoll, wenn wir die exponentielle Phase, die jetzt leider gerade eingetreten ist, durchbrochen haben. Und wenn wir wieder in der Lage sind, dass die Krankheiten so wenige sind, dass wir sie einzeln nachverfolgen können und wie das früher ja auch war, die Infektionsketten unterbrechen können durch Isolation und Quarantäne, dann ist aus rein infektiologischer Seite eigentlich ein Punkt gekommen, wo man umschwenken kann und die Maßnahmen wieder lockern kann. Und die Hoffnung ist, dass das früh genug für die Wirtschaft ist. Wie sieht Ihr Szenario aus für einen Einstieg in den Ausstieg? Das Szenario, was ich vorgeschlagen habe, hat mehrere Aspekte. Der eine ist, dass wir, wenn wir dann soweit sind, das kann man jetzt noch nicht machen, aber wenn wir dann soweit sind, zum einen statt den strengen Ausgangsbeschränkungen etwas machen, was ich Smart Distancing genannt habe, dass man nach Bereich für die verschiedenen Bereiche dafür sorgt, dass man die Menschen schützt, insbesondere indem sie bei allen möglichen Gelegenheiten Masken tragen. Dass man aber auch bestimmte Produktionsbereiche so schützt, dass man dafür sorgt, dass die Menschen untereinander sich nicht infizieren können. Dass man zum Beispiel auch in Geschäften, wo man einkauft, oder auch in der Bank und diesen Situationen, oder auch in Schulen dafür sorgt, dass man durch Hygienemaßnahmen, durch das Tragen von Masken und auch durch konsequentes Testen in der Lage ist, die Infektionen einzudämmen. Das zweite Element ist, dass man wirklich jedem Menschen in Deutschland die Möglichkeit gibt, sich bei einem Verdacht sofort testen zu lassen, anonym und dezentral. Dafür haben wir jetzt noch nicht die Möglichkeiten, aber ich glaube, das können wir in relativ kurzer Zeit auf die Beine stellen. Das ist meines Erachtens ganz wichtig, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, dass die Menschen einen Teil der Verantwortung wieder selber übernehmen. Ich glaube, das ist eine demokratische Antwort letztlich auf dieses Problem besser als die totalitären Systeme, Antwort der totalitären Systeme. Und der dritte Aspekt, den wir berücksichtigen müssen, ist leider, dass wir, wenn wir dann im Land in der Lage sind, die Epidemie unter Kontrolle zu halten, müssen wir noch eine ganze Weile die Grenzen geschlossen halten und dafür sorgen, dass eben wirtschaftliche Prozesse funktionieren, dass der Warentransport funktioniert, aber wir eine ganze Weile die Grenzen zu haben, natürlich auch Massenveranstaltungen verzichten müssen, sodass wir noch eine ganze Weile das Problem haben. Und jetzt die Frage Rückkehr zur Normalität. Ab wann? Also Rückkehr zur Normalität, dass wir keine Masken mehr tragen, dass wir unsere Risikogruppen nicht mehr besonders schützen müssen, dass wir wieder Massenveranstaltungen haben und die Grenzen wieder aufmachen können, da würde ich sagen frühestens in einem Jahr. Dankeschön. Sehr gerne.